Verlosung 2.0 Anschlagerite Ich bin die Lissi von Lissi liebt Wolle und hier auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles um Wolle Stricken, Häkeln, einfach für kleine Tutorials Kleine Anleitungen für euch und ja, auch wie heute zum Beispiel hast du eine neue Folge von meinem Strittagebuch Und heute in Folge Nummer 4 haben wir viel Neues, wenig Fertiges und ja, Verlosung 2.0 Ja, also, lasst uns starten Als erstes muss ich euch weichen Es hat mich erwischt Die, die schon öfter zugeguckt haben, die wissen, dass ich in der Regel nicht mehr wie 3 maximal 4 Projekte zur gleichen Zeit Stricke oder Häkel Ja, es hat mich jetzt tatsächlich auch mal erwischt mit der Anschlageritis Und aktuell sind es 6 Projekte Ich weiß, viele unter euch haben das Doppelte oder Dreifache im Anschlag Für mich ist es tatsächlich schon mega viel Also, und wir fangen jetzt auch einfach mal damit an, dass ich euch die Dinge zeige, die aktuell auf oder an den Nadeln hängen Projekt 1 Ihr kennt es schon aus den ersten Folgen Es ist nach wie vor mein Sorgenkind Das hat sich nicht verändert Also, das ist Zack Jetzt muss ich einmal kurz nach vorne blättern Also, das ist das schöne Teilchen hier von Rosy Green Wool Und zwar der Let it fall Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe das mal erzählt Ich habe das Ganze schon zweimal angestrickt und wieder aufgeribbelt Und jeder von euch, der weiß, das nervt absolut, oder? Etwas so weit fertig gestrickt haben Also nicht fertig, aber so weit gestrickt Und dann wieder ribbeln Und dann noch mit so einem Muster drinnen Das nervt So, und jetzt habe ich es glaube ich das dritte Mal oder vierte Mal Naja Und bin der Meinung, es klappt ganz gut Allerdings Zack Habe ich nach wie vor das Gefühl, dass mir das Ganze einfach zu groß sein wird Also, es sieht immer noch sehr weit aus Also, ich habe meine Maschenprobe so weit runtergefahren, dass sie in etwa der entsprochen hat, wie es in der Einleitung drin steht Und ihr wisst ja, Anleitung und ich Fehler, funktioniert irgendwie nicht Das Muster finde ich, das klappt ganz gut Das ist ja das Vorderteil, was dieses Muster trägt Und im Rückenteil ist einfach nur links gestrickt Ja, es ist schon, du siehst es Ja, ein gutes Stück gewachsen Ich würde jetzt sagen, es hat so 15, 20 Zentimeter vielleicht Ich ribbel es jetzt noch nicht auf Ich habe mir jetzt einfach überlegt Ich werde das jetzt so ganz langsam weiter vor mich hin strecken Und gegebenenfalls Also, ich habe die Hoffnung, dass wenn ich es später wasche Und es eher so in die Länge ziehe beim Trocknen Dass es eher lang wie viel zu weit wird Und es soll ja auch locker sitzen Also von daher, ich denke, das bekommt ihr noch ein bisschen häufiger zu sehen Weil ich auch einfach aufgrund des Musters Und der anderen Projekte Die ich ja mitfilme für euch Größtenteils Nicht so die Motivation habe Aber zwischendrin schaffe ich dann schon mal ein paar rein Kann auch sein, dass ich Das vielleicht auch im Dezember nochmal hochzeige Und wir erst bei 40 Zentimeter sind Also, naja Stricken tue ich das Ganze Mit der Coolwool von Lana Grossa Und das ist eine Melange Farbe würde ich sagen Ist keine Melange, nein Ist eine Coolwool Merino Und der Farbton ist Na 4, 4, 3 Ja So Das war mein Sorgenkind Da haben wir erstmal das Unangenehme hinter uns gelassen Dann Was möchte ich denn als nächstes zeigen? Ich glaube, ich habe was vergessen Merke ich gerade Ich glaube, ich muss nochmal Ich muss nochmal ganz kurz los Ich habe etwas liegen lassen Tada Tatsächlich, ich hatte etwas vergessen Also Hier Sind Socken Also Es ist jetzt nicht mega spektakulär Und Ihr wisst das auch schon Ich habe so eine Art Ja, Sockenfieber auch entwickelt Also Ich kann eigentlich Nicht mehr Ohne Noch ein Zusätzliches Paar Socken Also Ich kann nicht nur Ein Projekt stricken Und Nicht noch ein paar Socken Jetzt irgendwo liegen haben Es hat mich eiskalt erwischt Das wisst ihr schon Nach wie vor Stricke ich meine Socken Nach der Anleitung Von der Julia von Polopedia Die hat mir so eine Tour-up Sockenanleitung Zur Verfügung gestellt Die ich testgestrickt habe Und Ja Da zeige ich euch einfach mal Eben ganz kurz Was ich hier so habe Also ich habe hier In diesem Beutelchen Ja Sehe ich schon Ist das blaue Paar drin Und Ich habe sozusagen Jetzt zwei einzelne Socken fertig Die natürlich jetzt nicht Als Paar getragen werden können Doch Können sie natürlich schon Also einfach Ganz normal Also stinklangweilig Eigentlich Eine Eine blaue Tour-up Socke Auch gestrickt Aus Einer Kohlbohle Von Lana Grosser Das ist diesmal Aber wirklich eine Melange Und Das ist die Farbe 104 Ist eine Merino-Qualität Und Ich stricke Die ganze Socke Also Von der Spitze Bis Hier hoch Über den Schaft Stricke ich Mit einer Nadelstärke Zwei Und Hier oben Wechsel ich Dann beim Bündchen Auf 1,75 Und Das ist so Das Standardprozedere Würde ich fast sagen Wenn das das Garn erlaubt Dann Stricke ich das auch so Und da fällt mir gerade ein Ich schulde euch eigentlich Auch nochmal so Ein Erfahrungsbericht Zu den Carbon Nadeln Das gucken wir gleich mal Ich glaube am anderen Täschchen Ist das ganze Paket Also Socken Nummer 1 Somit also Projekt 2 Was aktuell im Anschlag ist Weiß jetzt gar nicht Wohin So Zack Und Dann Habe ich Socke Nummer 2 Die Ja Sehen angezogen Richtig cool aus Ich habe sie auch ein bisschen Länger gestrickt Wie du sehen kannst Und zwar Ist das Auch eine Merino Qualität Da Kommt der Farbverlauf So Aus Dem Garn Raus Das ist auch ein Ja Sockengarn Von Volpedia Na Jetzt fällt es gleich runter Zack Kommt nochmal ein Stückchen Ran Also Das sieht mega cool aus Finde ich Also es ist total Ja Schick Wie der Verlauf So langsam einläuft So Hier wird schon Mehr Von dem Orangeton Der übrigens Bei Volpedia Tangerine Glaube ich So Heißt Das Bündchen Und das Ganze Arbeite ich Aus Einem Zack So Hab ich denn Die Na ja Ihr habt es auf jeden Fall Im Unboxing Video gesehen Das ist so ein Ja Kleines Boppelchen Extra Extra Für Socken Und zwar Ist hier die Besonderheit Ihr strickt Ein paar Socken Von Innen Ab Und ein paar Socken Von Außen Ab Und genau Die Mitte Diese Menge Ist markiert So könnt ihr Auf gar keinen Fall Zu weit Stricken Dass ihr nicht Mehr genug Garn habt Für den zweiten Socken Und das finde ich Total genial Mein Boppelchen War jetzt hier 320 Meter lang Ich hab gedacht Dass ich damit gut Klar komme Allerdings Ich hab tatsächlich Zu viel Also ich hätte Wahrscheinlich Ähm 320 Ich glaube 280 Hätte bei mir Bereicht Einfach weil ich Auch mit dieser Ganz ganz Feinen Nadel Das Ganze Ja stricke Aber Das ist nicht Schlimm Ich hab schon Eine Idee Was ich mit dem Rest mache Und zwar Siehst du ja Hier ist noch Der Blauton Und der Blauton Das siehst du Das ist hier Gar nicht mehr Mit reingestrickt Wurden Ich hab das Ganze Ja schon Sehr lang Gestrickt Und wenn ich Den Blauton Noch mit Reingestrickt Hätte Dann hätte Ich auf jeden Fall Rocker Kniesocken Gehabt Und das Wollte ich Dann jetzt Doch Irgendwie Nicht Auf jeden Fall Geht Jetzt Die eine Socke Die noch Auf der Nadel Hängt Die zeige Ich dir Gleich Die Stricke Ich Jetzt ab Bis hier Bis dann Das Blau Anfängt Und dann Habe ich Ja Das hier Noch Übrig So Diesen Teil Und dann Hab ich mir gedacht Mache ich Einfach Nochmal Ein drittes Paar Socken Natürlich Erst wenn ich Wieder Eine Socke Fertig Gestrickt Hab Also ich Will Jetzt Nicht Drei Paar Socken Auf Einmal Stricken Und Werde Dann Von Lana Grosser Diese Cool Wohl Melange Mit Diesem Hier Kombinieren Also Wirklich Ihr macht Heute Hier Nur Quatsch Das Geht So Nicht Ja Und Das Ganze Ist Vierfädig Auch Reine Merino Rolle Und Fühlt Sich Super Weich An Es Ist Eine Bio Qualität Extra Fein Also Kann Ich Euch Auf Jeden Fall Für Socken Ganz Klar Empfehlen Tragen Sich Wunderbar So Dann Hat Ich Nochmal Hier Genau Wegen Der Nadeln Die Hat Ich Euch In Folge 1 Gezeigt Und Habe Euch Bisher Tatsächlich Nicht Gesagt Wie Ich Damit So Klarkomme Also Die Sind Von Knit Pro Die Kürzere Die Nehme Ich Dann Für Die Bündchen Und Die Längere Nadel Ist Glaub Ich Alle Es Müssten 15 Zentimeter Und Die Längere Müsste Die 20 Zentimeter Nadel Sein Ich Gucke Aber Noch Mal Nach Vielleicht Habe Ich Jetzt Auch Völlig Blödsinn Erzählt Also Ich Komm Aber Was Ich Jetzt Auch Eigentlich Sagen Wollte Mit Diesen Nadeln Ja Aus Dem Carbon Komme Ich Persönlich Super Gut Klar Von Der Gleitfähigkeit Her Sind Sie Für Mich Ähnlich Wie So Holz Strick Nadeln Und Natürlich Viel Belastbarer Ja Das Ist Ja Jetzt Nicht Dass Ich Da Wenn Ich Zu Viel Drum Drücke Oder Keine Ahnung Dass Ich Angst Haben Muss Dass Sie Mit Brechen Wahrscheinlich Ist Auch Schon Mal Jemand So Was Gebrochen Kann Alles Passieren Die Wahrscheinlichkeit Dass Holz Bricht Ist Verschiedene Verschiedene Varianten Und Und Aber Halt Den Vorteil Einer Holz Nadel Ebenso Abbilden Also Dieses Warme In der Hand Und Die Gleitfähigkeit Also Von Daher Kann Ich Sie Ganz Klar Empfehlen Ich Habe Sie Jetzt Ja Auch Schon So Ein Paar Mal Benutzt So Es Geht Weit Auf So Wir Machen Mal Mit Den Kleinen Weiter Und Da Zeige Ich Auch Ein Bisschen Was Gleich Und Zwar Stricke Ich Aktuell Lassen Mal Die Schale Dort Einen Rund Passe Pullover So Also Das Ist Hier Der Halsausschnitt Und Hier Stricke Ich Aktuell Die Rund Passe Ich Muss Noch So Ich Sag Mal 3-4 Zentimeter Stricken Um Dann Die Arme Die Ärmel Ach Mann Ey Also Heute Ist Echt Naja Die Ärmel Abzutrennen Und Dann Die Ärmel Und Den Körper Getrennt Voneinander Zu Stricken Du Sie Da Ist Es Da Kann Ich Dir Gut Zeigen Hier Die Zunahmen Die So In Linien Zu Erkennen Sind Ich Habe Zugenommen Bis Zu Dieser Stelle In Etwa Und Damit Diese Linie Als Muster Bestehen Bleibt In Der Rundpasse Also Bis Unter Diesem Bereich Wo Die Arme Davon Getrennt Werden Habe Ich Weiter Nach Der Rundpasse Also Nach Der Zunahmen Stelle Eine Linke Masche Gearbeitet So Sieht Das So Aus Das Kannst Du Von Hier Erkennen Als Ob Die Linie Einfach So Durch Geht Ja Bin Aussichterstricke Zeige Ich Dir Natürlich Auch Aus Diesem Schätzen Ihr Habt Es Vielleicht Im Unboxing Gesehen Von Vulpedia Da Haben Wir 80 Prozent Merino Feines Merino Und 20 Prozent Seide Und Das Ist Der Farbton Barefoot Und Ich Find Das Mega Also Es Ist Butter Weich Wirklich Also Es Ist So Richtig So Zum Kuscheln Geeignet Deswegen Habe Ich Auch Sofort An Ein Pullover Gedacht Das War So Die Erste Idee Und Weil Ich Mich Tatsächlich Schon Während Des Pullover Strecken Hier So Mega Verliebt Habe In Dieses Garn Habe Ich Direkt Was Nach Bestellt Zeige Ich Dir Das Vierte Projekt In Arbeit Wird Auch Langsam Voll Hier Ich Möchte Dir Aber Bevor Ich Jetzt Fünf Und Sechs Noch Zeige Die Anderen Schätze Zeige Also Wie ich Schon Gesagt Hab Das Was Ja Wirklich Butter Weich Und Weil Es So Schön Butter Weich Ist Ja Konnte Ich Einfach Auch Nicht Anders Und Musste Direkt Zuschlagen Ja Farb Tun Chroma Ich Bin Super Gespannt Ich Habe Drei Stränge Bestellt Ich Hätte Gerne Vier Gehabt Aber Zu Dem Zeitpunkt Hat Es Noch Drei Gegeben Und Ich Dachte Okay Drei Ist Besser Als Keiner Lauflängen Mäßig Ja Falls Unboxing Wie Du Nicht Kennst Sag Ich Das Mal Und Zwar Ist Es So Dass Das Ganze 100 Gramm Schwer Ist Und Auf Diese 100 Gramm Die Laufen Auf 365 Meter Das Finde Ich Schon Cool Finde Ich Schon Ziemlich Stark Also Finde Ich Schon Eine Tolle Lauflänge Achso Da Kann Ich Dir Auch Mal Eben Kurz Beim Pullover Zeigen Wie Viel Von Dem Ersten Strang So Verarbeitet Ist Und Wie Weit Ich Da Bin Dass Man So Eine Vorstellung Bekommt Wie Man Mit Den Ganzen So Wie Weit Man Damit So Kommt Einmal Strick Das Ganze Auch Mit Einer Nadel Stärke Zwei Da Ich Einfach Generell Ich Strick Locker Ich Muss Immer Ganz Weit Runter Gehen Mit Der Nadel Stärke Und Hier Fehlen Jetzt Noch 2 3 Zentimeter Und Ich Hab Aber Noch Eine Hand Voll Da Also Ich Würde Jetzt Fast Vermuten Dass Ich Locker Noch Diese 2 3 Zentimeter Stricken Kann Und Auch Sicherlich Noch So Ja Ein paar Zentimeter Ich Denke Bis Hier Werde Ich Ungefähr Kommen Also Dieses Stück Werde Ich Mit Einem Strang Gestrickt Haben Und Dann Gehe Ich Davon Aus Dass Ich Für Den ganzen Pullover Also Maximal 3 Stränge Brauche Dann Kann Ich Noch Mit dem Ein Was Anderes Zaubern Auch Gut Ne So Dann Geht Es Weiter Die Sprick Jocke Die Ich Auch Gerade Für Euch Mit Filme Ihr Habt Sie Auch Schon Mal Gesehen Da War Sie Aber Noch Relativ Klein Sie Ist Jetzt Sehr Viel Gewachsen Könnte Sein Dass Die Anleitung Bald Fertig Wird Ich Weiß Aber Noch Nicht Wann Ich Sie Veröffentlichen Möchte Weil Ich Auch Noch Was Sommer Ich Gerade Für Euch Vorbereite Und Wenn Ich Schnell Genug Bin Dann Kriegt Ihr Ich Stricke Das Ganze Ja Mit Dem Lines Von Wulpedia Das Ist Ein Bändchengarn Aus Bio Baumwolle Und Ich Stricke Das Mit Drei Tönen Hier Siehst Du Vielleicht Nochmal Das Bändchen Das Ist Wirklich Ja Ganz Feines Bändchen Fühlt Sich Auch Ganz Gut An So Von Qualität Das Ist Auf Jeden Fall Der Farbton Natur Ja Es Sieht Jetzt Alles Ein Bisschen Just Aus Aber Es Ist Ja Auch In Benutzung Kann Ich Die Nicht In Schick Zeigen Natürlich In der Anleitung Seht Die Später Hübsch Das Hier Ist Der Farbton Sand Also Dieser Hier Und Die Dritte Farbe Von Dem Lines Ist Der Farbton Orchid Ja Sieht Man Vielleicht Hier Besser So Zur Haut Ist So Ein Leichter Peach Für Mich So Ein Bisschen Was Zwischen Zwischen Pfirsich Leichtes Zartes Rosé Schweinchen Rosa Ich Kann Es Ich Kann Es Nicht Genau Definieren Auf Jeden Fall Sehr Sehr Schön Und Das Sind Jeweils Also Die Drei Bobbel Die Hier Sind Waren Waren 500 Meter Jetzt Sind Es Natürlich Nicht Mehr So Dann Zeige Ich Dir Das Mal Ich Freue Mich Schon So Also Du Sie Der Erste Ärmel Ist Fertig Verletzt Mal Als Ich Dir Gezeigt Hab Ich Glaube Ich War Irgendwo Hier Also Der Erste Ärmel Ist Fertig Und Der Ist Ebenfalls Gestrickt Auch In Graus Rechts Das Das Hat Ein Bisschen Tricky Gemacht Wie Ich Die Nadel Und So Mit Den Ärmel Am Besten Stricken Kann Ich Hab Mich Nachher Dafür Entschieden Den Ärmel Weiter In Reihen Zu Stricken Damit Ich Eben Auch Kraus Recht Weiter Stricken Kann Ich Hatte Mal Ein Ärmel Fast Fertig Und Dann Habe Ich Aber Einfach In Runden Links Gestrickt Das Hat Aber Einfach Nicht Harmoniert Mit Diesem Mega Geil Kraus Rechten Muster Das Hier Auf Einmal Links War Das Da Ging Das Lines Völlig Verloren So Hier Stricke Ich Jetzt Gerade Ärmel Nummer Zwei Und Da Siehst Du Auch Ich Stricke In Reihen Das Ganze Und So Viel Ist Es Jetzt Nicht Mehr Es Bald Fertig Gegebenenfalls Wird Es Vielleicht Noch Ein Kragen Blende Vielleicht Bleibt Die Auch So Ein Bisschen Minimalistisch Ich Muss Das Gucken Wenn Der Zweite Ärmel Fertig Ist Ich Versuche Mal Das Ganze So Ein Bisschen Zu Zeigen Wie Sie Aussieht Also Sie Endet Unten Mit Dem Sandton Und Deswegen Endet Auch Der Ärmel Mit dem Sandton Das So Ein Bisschen An Passt Dass Es Ein Bisschen Harmoniert Insgesamt Ja Und Da Freue Ich Mich Schon Total Darauf Und Die Ist Auch Durch Das Kraus Rechts Muster Und Durch Dieses Bändchen Garn Was Ich Überhaupt Nicht Gedacht Hätte Dass Sich Das So Gut Eignet Um Kleidungsstücke Zu Stricken Hat Hier So Eine Super Gute Elastität Also Die Ist Überhaupt Nicht Steif Oder Starr Irgendwie Dass Man Sagt Mit Baumwolle Ist Blöd Nein Sie Ist So Richtig Schön Locker Luftig Ja Ich Kann Sie Ja Mal Überziehen Oder Es Ist Jetzt Vielleicht Nicht Das Passende Unterteil Dafür Aber Darum Geht Es Ja Jetzt Gerade Auch Nicht Also So Ist Es Aktuell Ich Find Es Mega Cool Mit Dieser Raglan Linie Hier Sie Ist Da Aber Sie Ist Irgendwie Auch Nicht Da Mega Schick Ja Ja Also Ihr Könnt Euch Freuen Und Ich Freue Mich Sowieso Jeden Tag Wenn Ich Drauf Gucke Ja Und Eigentlich Wie Gesagt So Weit Ist Es Jetzt Nicht Mehr Also Ja Ich Muss Nur Zwischendrin Auf Die Anderen Sachen Strecken Und Ich Muss Ja Auch Mal Arbeiten Und Ja Mein Kind Verpflegen Mein Mann Verpflegen Die Tiere Und Mich Mit Freunden Treffen Naja Ihr Und Jetzt Kommen Wir So Schon Zum Letzten Projekt Im Anschlag Also Projekt Nummer Sechs Und Ich Bin Ganz Ehrlich Wenn Ich Noch Mehr Körbe Oder Taschen Oder So Zur Verfügung Hätte Ich Hätte Bestimmt Schon Acht Jetzt Aktuell Angeschlagen Ich Hätte Noch Mehr Ich Im Moment Habe Ich Richtig Anschlageritis Also Wirklich Ich Könnte Ständig Irgendwas Neues Anschlagen Und Zeit Fehlt Mir Aber Einfach Jetzt Sieht Es Hier Langsam Ein Bisschen Chaotisch Aus Aber Auch Das Muss Mal Sein Projekt In Arbeit Nummer Sechs So Erstmal Zeige Ich Den Rest Nein Also Das Wird Etwas Für Den Sommer Ich Möchte Schon Verraten Was Es Wird Möchte Ich Das Nicht Verraten Na Vielleicht Habt Ihr Eine Idee Ihr Könnt Ja Raten Schreibt Doch Mal Eure Idee Was Das Werden Könnte In Die Kommentare Also So Viel Kann Ich Euch Verraten Ich Muss Hier Mal Ein Bisschen Alles Bisschen Benutzt Also Ich Stricke Aus Den Aquamarine Von Wulpedia Und Zwar In Fünffach Tausend Meter Das Ist So Ein Ganz Zarter Farbverlauf Da Kann Ich Dir Packst Ja Auch Unten Die Beschreibung Mal Gucken Ist Du Findest Es Irgendwo Auf Jeden Fall Verwende Ich Für Das Mysteriöse Sommer Gehekel Genau Es wird Gehekel Zeige Ich Dir Gleich Zweimal Diese Tausend Meter Brauche Ich Dafür Auf Jeden Fall Jetzt Zeige Ich Dir Mal Das Gute Ist Man Kann Gar Nicht Erkennen Was Es Wird Häkel Tue Ich Mit Einer Dreier Häkeln Nadel Ich Wurde Irgendwann Mal Gefragt Woher Die Wohl Ist Ich Habe Nochmal Recherchiert Also Die Ist Tatsächlich Von Lana Grosser Und Ich Mag Die Ganz Gerne In Hand Weil Die So Hals Griff Hat Ja Okay So So Sieht Das Ganze Aus Da Erkennst Du Vielleicht Auch Den Fahrverlauf Ich Fange Nochmal An Das Ist Hier Der Unter Teil Vielleicht Siehst Du Dass Es Nach Oben Hin Schon Sich Verändert Insgesamt Gehäkelt Im Muschel Muschelmuster Mega Mega Cool Einfach Und Dadurch Dass So Muschelmuster Einfach Auch Mit Stäbchen Gearbeitet Wird Komme Ich Persönlich Echt Schnell Voran Und Ich Hab Hier Mal Wieder Eins Gemacht Gemacht Ich Habe Pro Tag An Dem Ich Daran Gearbeitet Habe Ein Markierer Gesetzt Einfach So Für Mich Um Einfach Auch Mal So Fest Zuhalten Wie Lange Arbeite Ich An Dingen Wir Können Mal Gucken Wie Markierer Habe Ich Schon Also Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Okay Also Elf Markierer Das heißt An elf Tagen Habe Ich Daran Gearbeitet Dann Zeige Ich Dir Den Rest Den Ich Jetzt Noch Hier Auf Der Spule Habe Also Elf Tage Und So Ist Jetzt Der Vergleich Das Heißt Also Wenn Alles Gut Geht Nichts Dazwischen Kommt Dürfte Ich Fertig Sein Juli Vielleicht Ende August Mitte Ende August Könnte Es Klappen Wenn Nichts Dazwischen Kommt Nicht Ja Das War Das Letzte Projekt In Arbeit Aktuell Was Frag Ich Denn Noch Für Euch Ach Fertiges Fertiges Ja Klar Ihr Habt Es Vielleicht Schon Gesehen Ich Habe Endlich Mein Häkel Crop Top Fertig Und Zwar Ist Das Gehäkelt Aus Der Twinkles Von Wohlpedia Das Hier Sind So Kleine Swarovski Steinchen Die Schon Im Garn Eingearbeitet Sind Also Ich Habe Jetzt Nicht Alle Paar Meter Hier Irgendwie Stopp Mit Eingehäkelt Nein Die Sind Alle Zehn Meter Schon Ganz Fest Verbunden Im Garn Zeige Ich Dir Auch Nochmal Das Das Reine Merino Wolle Ich Habe Verhäkelt Warnes 1000 Meter Es Müssten 1000 Meter Gewiesen Sein Die Anleitung Ist Auch Schon Online Die Anleitung Habe Ich Gehäkelt Für Ein Baby Damit Du Einfach Auch Siehst Dass Du Das Für Jede Größe Anpassen Kannst Mit Diesem Kragen Hier Es Hat Hinten Einen Rückenausschnitt Ich Blende Dir Ein Wenn Ich Das Trage Von Hinten Und Vorn Zeige Ich Bin Mega Verliebt Ursprünglich Hatte Ich Mal Befragt Weil Ich Ein Kleid Habe Mit Den Ich Zu Einer Hochzeit Gehe Und Ich Hatte So Gefragt Was Überlegt Was Könnt Ihr euch Vorstellen Was Ich Aus Diesem Garn Häkeln Oder Stricken Kann Was Ich Mir Abes Nochmal So Mit Drüber Schweißen Kann Damit Nicht Zu Kalt Ist Und Dann Hab Ihr Mir Ganz Viele Tolle Ideen Gegeben Dankeschön Dafür Und Ich Hab Dann Überlegt Ich Möchte Mir Gerne Etwas Machen Daraus Was Ich Auch Hinterher Noch Gut Wiedertragen Kann Also Was Ich Nicht Nur Zu Dem Kleid Speziell Trage Sondern Was Ich Auch Jetzt Im Sommer Gerne Trage Im Ja Das War Mir Auf Jeden Fall Wichtig Dass Ich Etwas Habe Was Ich Dann Ja Jeder Zeit Anziehen Kann Ich Bin Sehr 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 Happy Achso Und Mittlerweile Hat Das Garn In Der Farbe Mit Diesen Swarovski Steinchen Auch Einen Namen Im Shop Bekommen Und Es lautet Mystic Sky Und Ich Finde Mystic Sky Trifft Es Absolut Auf Den Punkt Weil Es Sieht Doch irgendwie Wie In Ein Himmel Also In Sternenhimmel Oder Total Schön Mega Cool Eine Sache Habe Ich Noch Fertig Also Ihr Seht Ich Habe Diesmal Wenig Fertig Viel Unfertiges Ich hoffe Im Übrigen Ihr Habt Euch Auch Was Zu Trinken Geholt Und Ihr Habt Es Euch Gemütlich Gemacht Strickt Ein Paar Runden Mit Mir Oder Häkelt Oder Macht Diamond Painting Oder Strickt Oder Nähen Ist Vielleicht Ein Bisschen Schwierig Wegen Der Lautstärke Oder Guckt Einfach Sitzt Auf Sofa Und Genießt Die paar Minuten Ich Hoffe Dass Es Und Eine Stunde Bleibt Genießt Die Zeit Einfach Die Wir Zusammen Haben Was Habe Ich Noch Fertig Ein Kleines Tuch Das Musste Ich Einfach Stricken Irgendwie Kam Man Ja Auch Nicht dran Vorbei Gesamt Social Media War Voll Oder Ist Auch Noch Voll Mit Diesen Kleinen Feinen Süßen Tüchern Und Natürlich Musste Ich Da Auch Ein Stricken Ja Die Anleitung Ist Auch Schon Online Wurde Auch Schon Ich Glaube Fast Zehntausend Mal Angeguckt Also Vielleicht Rennen Jetzt Siebentausend Mal Tuch Hier Mal Mal Gucken Ist Eine Super Einfache Anleitung Also Auf Jeden Fall Auch Für Anfänger geeignet Ich Will Mal Anziehen Auch Wenn Es Natürlich Jetzt Nicht So Super Passt Hier Mit Diesem Top Obwohl So Schlecht Ist Das Gar Nicht So Also Du Kannst Es Ja Gerade Nach Vorne Tragen Logischer Weise Ich Trag Es Gerne So Ein Bisschen Seitlich Verspielt Na So Mag Ich Das Auf Jeden Fall Gerne Du Könntest Es Theoretisch Auch Von Der Rückseite Tragen Es Ist Ja Vorne Glatt Rechts Und Hinten Links Gestrickt Ganz Niedlich Ganz Süß Ja Gerade So Für Die Jetzt Zeit Wo Diese Großen Tücher Einfach So Ein Bisschen Zu Viel Sind So Ein Kleines Feines Tuch Ja Ganz Einfache Anleitung Und Gestrickt Habe Ich Das Ganze Aus Einem Baumwoll Garn Von Der Firma Hobby Die Farbnummer Lautet 48 Und Ich Habe Das Ganze Mit Einem Beilaufgarn Gearbeitet Von Lana Grossa Eine Silk Hair Print So Ein Bisschen Dieses Flauschiger Das Siehst Du Hier Auch Ganz Leicht Am Tuch Das Hier So Ein Bisschen Flauschi Flauschi Ist Einfach Dass Es Nicht Nur Diese Eine Farbe Hat Sondern So Einen Leichten Farbverlauf Bekommt Und So Dann Würde Ich Sagen Zeige Ich Euch Nochmal Eben Fix Was Ich Mir Noch Neues Besorgt Habe Und Dann Kommen Wir Schon Zum Puncto Verlosung 2.0 Dann Haben Das Schon Wieder Geschafft Ich Kann Es Gar Nicht Glauben Ja Also Als Ich Mir Das Schätzchen Wunderschöne Schätzchen Nummer 2 Nochmal Eben Bestellt Habe Ist Mir Aufgefallen Dass Ich So Ein Bisschen Mangelware Habe An Kleineren Stricknadeln Sage Ich Mal So Also Ich Stricke Ja Nur Mit Diesen Kleinen Stricknadeln Also Bedeutet Nicht Klein Im Sinne Von Kleines Seil Sondern Wirklich Eine Kleine Stärke Der Stricknadel Also Ich Kann Mich Bisher Nur An Ein Projekt Erinnern Wo Ich Wirklich Mit Nadelstärke 3,5 Oder So Gearbeitet Habe In Der Regel Stricke Ich Mit Zwei Und Auch Noch Tiefer Und Weil Ich Aber Nur Drei Rund Stricknadeln Habe Mit Der Größe Nummer Zwei Und Ich Da Oft Wirklich Ans Am Limit Gerate Habe Ich Gedacht Ich Kann Mir Doch Jetzt Einfach Mal Nochmal Neue Nadeln Gönnen Und Dachte Dann Nehme Ich Ein Set Was Man Individuell Verstellen Kann Und Habe Mich Hier Von Shia Gu Für So Ein Miniset Entschieden Und Da Zeige Ich Dir Was Da Alles Drinnen Ist Ich Find Es Mega Geil Ich Also Ich Find Es Liebst Also Ich Find Es Auch Wenn Ihr Euch Irgende Nadeln Bestellt Also Meine Liegen Alle Hier In Diesem Kistchen So Notdürftig Reingelegt Mit So Ein Band Zu Gebunden Die Nadelspitzen Und Das Ist Jetzt Mal Wirklich Schick Verpackt Also Hier Ist So Ein Kleines Etui Und Hier Sind Die Nadelspitzen Drinnen Ja So Und Ich Hoffe Ich Kriege Die Jetzt Wieder Gut Rein Die Nadelstärken Gehen Von 1,5 Bis 2,5 So Und Haben Hier So Kleine Schraubverschlüsse So Und Dann Hat Das Set Ebenfalls Ja Ein Nadelmaß Falls Mal Die Stärke Nicht Mehr Zu Lesen Ist Dann Sind Drei Seile Enthalten Auch Gar Nicht So Mega Kleine Sondern 35 55 Und 75 Insgesamt Und Man Soll Ich Weiß Noch Nicht Wie Es Funktioniert Aber Man Soll Wohl Diese Seile Auch Miteinander Verbinden Können Mal Gucken Ich Bin Bespannt Und Dann Ist Natürlich Im Set Noch Enthalten Das Herz Von Chiago Womit Du Die Nadel Fest Hältst Wenn Du Das Ganze Einspannst In Das Seil Damit Du Den Besseren Grip Hast Sozusagen Jetzt Wirklich Meine Nadel Ausstattung Komplett Gemacht Hat Also Ich Brauche Jetzt Eigentlich Keine Nadeln Mehr Würde Ich Sagen Aber Was Wir Brauchen Und Was Wir Wollen Und Was Wir Uns Dann Doch Wieder Irgendwie Besorgen Wir Handarbeits Verrückten Dinger Also Da Müssen Wir Nicht Darüber Sprechen Ich Werd Wahrscheinlich Dann Irgendwann Noch Mal Besorgen Aber Ich Find Es Auf Jeden Fall Mega Cool Und Was Ich Auch Ganz Nice Finde Hier Vorne Ist Noch So Ein Kleines Täschchen Welches Leer Ist Theoretisch Könnte Man Hier Jetzt Wirklich Auch Noch Eine Wollnadel Rein Packen Die Kleine Schere Und Ein paar Maschen Markierer Noch Irgendwie Zusätzlich Und Dann Hätte Man So Bisschen Alles Beisammen Wäre Auf Jeden Fall Ganz Cool So Wir Sind Am Ende Verlosung 2.0 Da Muss Ich Jetzt Sagen Pech Für Die Eine Person Die Sich Nicht Gemeldet Hat Glück Für Euch Anderen Ich Weiß Gar Nicht Mehr Wie Viele Leute An Dieser Verlosung Teil Genommen Haben Sehr 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 Viele Und Ja Glück Für Euch Andere Und Die Die Noch Nicht Dabe Waren Und Das Noch Nicht Kennen Ich Zeige Euch Noch Mal Ein Paar Bobbel Die Ich Mal Angestrickt Habe Beziehungsweise Kurz Abgewickelt Habe Ja Wieder Eine Katze Also Das Video Steht Heute Ganz Klar Im Vordergrund Der Katzen Das Ist Übrigens Unsere Mailin Also Ja Letzt Sich Da Einfach Und Gut Ist Okay So Naja Also Das Sind Alles Baumwoll Baumwoll Bobbel Von Der Firma Hobby Auf 100% Baumwolle Teilweise Ist Es Gezwirntes Garn Teilweise Ist Es Gefachtes Garn Und Ich Würde Sagen So 800 Bis 1000 Meter Hat Jeder Bobbel Also Diese Zwei Schätzchen Suchen Ein Zu Hause Dann Suchen Diese Zwei Schätzchen Ebenfalls Ein Zu Hause Also Als Gesamtpaket Natürlich Ich wollte sie nur Einzelnd Zeigen Und Dieses Schätzchen Also Insgesamt Eins Zwei Drei Zack Vier Fünf Also Fünf Mal 800 Bis 1000 Meter Baumwoll Schatz Schätzchen Sucht Ein Neues Zu Hause Na Nach Wie Vor Ich Mal Überlegt Dass Alle Kommentare Mitmachen Das heißt Wenn du Ein Kommentar Hinterlässt Dann Machst Du Automatisch Mit Bei Der Verlosung Du Musst Gar Nichts Wildes Machen Du Brauchst Mir Kein Abo Da Lassen Oder Daumen Hoch Oder Was Auch Immer Ich Freue Mich Immer Über Ein Daumen Und Ich Freue Mich Auch Immer Über Kommentare Aber Um Mitzumachen Reicht Es Wenn Du Ein Kommentar Hinterlässt Egal Ob Es Ein Herz Ist Ob Du Willst Mitmachen Ob Du Eine Idee Hast Was Dieses Türkise Aus Der Vulpidia Aquamarine Werden Könnte Ob Du Nur Einfach Lieben Gruß Kommentar Musst Du Mindestens 18 Jahre Alt Sein Und Dich Damit Bereit Erklären Für Diese Schätzchen Den Versamm Zu Übernehmen Auslosung Ist Am Und Ihr dürft Also Teilnehmen Bis Zum Also Ich wünsche Euch Ganz 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 Viel Glück Youtube Hat Damit Nichts Zu Tun Also Mit Der Verlosung Das Läuft Tatsächlich Nur Über Mich Und Ja Wie Wir Das Ganze Auslosen Das Überlege Ich Mir Tatsächlich Noch Die Letzte Verlosung Habe Ich Über Youtube Shorts Ausgelost Da Könnt Ihr Doch Auch Einfach Mal Was Reinschreiben Wie Ihr Das Möchtet Also Ich Kann Es Natürlich Auch Auslosen Und Nur Den Gewinner Oder Die Gewinnerin In Die Kommentare Anpinnen Ist Auch Eine Möglichkeit Also Ich Muss Es Nicht Irgendwie Als Video Verfilmen Das Brauchen Wir Jetzt So Nicht Könnt Ihr Einfach Mal Gucken Wie Ihr Das Mögt Schreibt Doch Mal Was Rein Also Ich Werde Es Euch Wissen Lassen Ihr Habt Ja Gesehen Wann Die Auslosung Ist Und Bis Wann Ihr Teil Nehmen Dürft Und Irgendwie Dem Zeitraum Solltet Ihr Auf Jeden Fall Hier Nochmal Gucken Auf diesem Video Und Schauen Ob Ich Das Ganze Schon Veröffentlicht Habe Ja Will Ich Sagen Ja Meine Lieben Es War Schön Mit Euch Ich Trinke Noch Mal Schluck Ich Bedanke Mich Wieder Für Zuschauen Dann Freue Mich Aufs Nächste Mal Freue Mich Über All Die Anregungen Und Informationen Und Kommentare Und Was Auch Immer Ihr Hinterlasst Ja Bis Zum Nächsten Mal Deine Lissi Ciao Ciao